Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Retter Team DX. Nicht Erkundungsteam, Retter Team. Denn in Rot und Blau und entsprechend DX, da retten wir die Pokémon noch und wir erkunden nicht. Ja, da waren die Prioritäten noch andere. Aber retten tut man in Erkundungsteam trotzdem. Also eigentlich hat man seinen Spielraum ausgeweitet. Ja, genau. Beim letzten Mal wurden wir in der Nacht von einem Erdbeben durchgeschüttelt. Und daraufhin wurde Diktar dann von Panzer Aeron entführt. Und wir müssen Diktar jetzt retten. Und da bin ich noch eben beim Pokémon Platz kurz unseren Kram einzahlen möchten. Bevor wir aufbrechen, machen wir das noch eben schnell. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das so künftig, glaube ich, zwischen den Folgen machen könnte. Wobei, dann sehen wir so wenig vom Pokémon Platz. Atem to Rescue. Genau. Exakt am Ende. Aber aktuell ist es noch recht easy going. Vor allen Dingen, weil wir mit Pikachu gegen Panzer Aeron eine sehr easy Match-Up haben. Also da gibt es deutlich fiesere, wie zum Beispiel wenn man eine Skagaba oder Indivi ist. So gesehen ist es noch ganz okay. Ich wollte jetzt noch das Defensivband angucken. Ja. Why not? dass wir das im remake nicht geändert haben dass man das nur innerhalb des dungeons dann ausrüsten kann aber hey sage ich jetzt mal nichts okay dann brechen wir mal auf zum stahlberg da wären wir der stahlberg liegt da wurde also auf den gipfel verschleppt ganz genau der gipfel befindet sich auf ebene 9 dank für eure hilfe auf wiedersehen okay auf geht's so starberg das hielt was aus eben hätte ich jetzt natürlich gerne wir halten etwas aus eine easy one netz mehr strategie wird sein dass wir so ein bisschen mischmasch machen aus wenn in der ebene daneben bei items sind wie wir dies jetzt auch der fall ist nämlich nach eben mit aber wir werden keine dicken item umwege machen und mehr oder minderheit immer versuchen relativ zackig die jeweilige ebene zu weg werden danke dass wir es jetzt bekommen die mini beliebersamen werden einmal auch wirklich zugeschmissen oh je gesenkte genauigkeit wieder die 9 durch neue ebene wenn ihr das pokémon auf der map übrigens nicht bewegt heißt dass es schläft mal noch aufwach angriffe tun sogar mehr wie und sie nicht und 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 Zoom. immer schön auf den magen auch aufpasst oder ist ein laden läden kann man theoretisch ausrauben sollte man aber lassen vor allen dingen so einen frühen stadium spiels wenn mal reinschauen aber wie viel geld haben über uns ja nicht hier können mal theoretisch rein schon zu gucken wie es aussieht aber ich sag mal viel mehr als einmal kurz angucken wird da nichts ich über öffne den einen laden mitten in einem dann kannst du halt wenn man sachen auf den boden schmeißt kann man es auch theoretisch verkaufen dieses aber an sich nicht wert so früh schon aber papier wo kam die denn hier Das Erde auch wirft, das ist ja super nervig. Achso, das geht nicht über Eck. So, noch zwei Ebenen. Wir müssen uns auf weiß ready machen. Ich bin mir unsicher, ob DX so einfach ist, dass wir vorher geheilt werden. Ich würde mal sogar sagen, ja, aber wir sollten schauen, dass wir das jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Pinsie. Dun, dun, dun. Das war aushalten. Out of AP ist nicht so schlimm. So, noch eine Ebene. Noch eine Ebene. Ah. Damm. Jetzt den Rest der überlebt, ist so frech. Jetzt den Rest der überlebt. Hm. kärtner easy heilen gibt es jetzt schon krass so damit sollten wir durch sein ich würde es aber mal behaupten dass der hunger jetzt in der letzten ebene nicht mehr viel ausmachen wird und ja wir haben Pikachu ein bisschen vorteil haben sie mal bei jim da drüben ist dick da okay ist alles in ordnung ist alles in ordnung wir sind hier um dich zu retten ich ich habe angst hier da ich glaubt was glaubt ihr was ihr da tut wir sind hier um dick da zu retten lass ihn sofort frei panzer ehron ihr könnt ihr es wagen es ist doch alles seine schuld seit tagen kriege ich kein auge zu weil hier ständig die erde rummord das alles nur weil erbauten wie er wie wahnsinnig unter der erde rumbuddeln aber das stimmt doch gar nicht zugegeben in letzter zeit gab es also einige erdbeben doch ich bezweifle stark dass dick da und seine familie dafür verantwortlich sind seid still wenn ihr nicht ruhe gebt dann kämpfen wir eben es ist zwecklos panzer ehron ist so aufgebracht um es um auf uns zu hören wir müssen wohl kämpfen so so Ähm, na. Bixer. Teiglau. Solange es nichtseffektive Attacken auf einen Elektro-Typ sind, bin ich da vollkommen fein mit. Silberblick, das tut jetzt natürlich deutlich weh, weil jetzt tun die Attacken mehr weh. Aber vielleicht reicht der Elektro-Typ ja schon. Ja, tut er. So. Da hab ich wohl den Kürzeren gezogen. Ich zieh mich jetzt lieber erstmal zurück. Bye, bye. Hey, wir haben Panzer Eron verscheucht. Alles in Ordnung? Alles ist wieder in Ordnung. Du kannst jetzt rüberkommen. Ich kann nicht. Ich hab Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Warte einen Moment. Oh je. Da geht es aber ganz schön weit runter. Man kann ja nicht mal den Boden sehen. Wait, und was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Beep, beep. Hey, ihr seid doch die Magnetilo von neulich. Wir haben hiervon erfahren. Wir retten Dick da aus der Luft. Halt dich an uns fest. Beep, beep. Keine Angst. Wir verpassen dir schon keinen Stromschlag. Ich hab auch das Boden-Pokémon dick da auch wirklich keine Angst zu haben. Ja. Oh, ich hatte ja solche Angst. Ich war schließlich noch nie so hoch oben. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Er hat Füße? Hauptsache, du bist wieder in Sicherheit. Das ist das einzig Wichtige. Ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra, hurra. Huch, wer war das? Äh, was war das? Höre ich etwas stimmen? Ups, ihr könnt mich ja da gar nicht sehen. Wie unhöflich von mir. Ich bin's Diktri. Oh, Papa. Dick da, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Ich hatte zwar echt Angst, aber jetzt ist alles in Ordnung. Und das hab ich nur Batam und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles. Ihr seid wahre Helden. Äh, vergesst bitte nicht, euch auch unseren Freunden den Magnetilo zu danken. Allein hätten wir das nämlich nie und nimmer geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Aber nein, nicht doch, Bieb. Das war doch Ehrensache. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreiergespann. Da müssen, muss man doch, muss man doch zusammenhalten. Wir Pokémon sind doch letztendlich alle eine große Familie. Wir sind beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt los, Bay Jim. Hidropi. Vielen, äh, vielen Dank. Lebt wohl. Nice. Wir gehen dann auch mal, Bieb. Oh, wartet mal. Lauf nicht weg. Was gibt es denn? Äh, möchtet ihr unserem Team beitreten? Wieso das denn? Was meinst du? Äh, möchtet ihr unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Ja. Immerhin hätten wir unseren letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden unsere Hilfe bestimmt auch in Zukunft für Grute brauchen können. Meinst du nicht auch? Aber klar. Zieht euch, äh, äh, zieht euch zurück, ja. Zurück zu euch. Was sagt ihr? Wollt ihr unserem Retterteam beitreten? Einem Retterteam beitreten? Das klingt nach Spaß, Bieb, Bieb, Hurra. Aber wenn ihr uns für einen Rettungsauftakt benötigt, müssen wir uns in der Nähe aufhalten, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es hier irgendwo einen passenden Ort, wo wir uns niederlassen könnten? Äh, naja. Oh, also nicht. Schade. Dann können wir unserem Retterteam leider nicht beitreten. Bis dann. Wie überschwänglich. Also ich bedanke, wie toll du bist. Naja, du musst nur bedenken, Dick, da ist halt noch ein Kind. Also wirklich ein Kind. Und das freut sich halt unironisch wirklich, äh, wie cool wir sind. Und Dick Dree ist der Vater. Der freut sich halt entsprechend auch unironisch. Das ist wirklich schade. Aber ja, sie haben recht. Unsere Mitstreiter müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie uns sonst unter die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einen landen müssen? Wir müssen Orte finden, an denen die Pokémon leben können. Wenn wir wollen, dass sie unserem Team beitreten. Hey, ich hab's. Lass uns morgen gemeinsam zum Pokémonplatz gehen. Da gibt es einen interessanten Laden, der sich Knuddelhoff Camp Kiosk nennt. Letztes Mal, als wir dort waren, hatte er geschlossen. Aber vielleicht hat er ja morgen geöffnet. Er befindet sich direkt neben der Snubilikatbank. Knuddelhoff betreibt ihn. Dort kann man bestimmt weiter, äh, uns weiterhelfen. Dann ist es beschlossene Sache. Morgen gehen wir also gemeinsam zum Pokémonplatz. Yeah. Schon wieder dieser Traum. Echtes Pokémon könnte das sein? Hm. Diesmal höre ich etwas deutlicher. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte! Bitte erzähl mir mehr! Oh nein. Es ist verschwunden. Am nächsten Morgen. Ich wünsche mir auch viel Spaß euch noch. Man sieht sich. Ja, hau rein! Mach's gut. So. So. Morgen, May Jim. Da sieht aber jemand müde aus. Bist du etwa ein Morgenmuffel? Hahaha. Was? Du hast in letzter Zeit oft seltsame Träume? Was sind das denn für Träume? Hm, verstehe. Bay Jim, du hast doch gesagt, dass du in Wahrheit ein Mensch bist, nicht? Ja, könnte es doch sein, dass... Vielleicht haben die Träume etwas damit zu tun, wie du ein Pokémon geworden bist. Ich muss dich da etwas fragen, Bay Jim. Wärst du gerne wieder ein Mensch? Gute Frage. Darüber habe ich bisher noch gar nicht nachgedacht. Wäre ich gern wieder ein Mensch? Ähm. Weiß nicht. Was ist denn? Kannst du dich nicht entscheiden? Das glaube ich dir gern. Mit mir zusammen zu sein, ist ja auch bestimmt viel lustiger. Oha. Da fällt mir ein. Wir hatten doch vor, heute zum Pokémonplatz zu gehen, oder? Wir wollten herausfinden, wie wir neue Mitglieder aufnehmen können. Oha, warten wir noch. Nichts wie auf zum Knuddel-Luft-Camp-Kiosk. Ganz genau. Hm, hm. Hach. Wisst du, was das Problem bei Donnerblitz ist? Donnerblitz ist stark, keine Frage. Aber Donnerblitz hat kaum AP. Was heißt nun, Umgebung? Oha. Okay. Alles um einen herum. Das ist krass. Aber ich sag mal so, der Donnerblitz führt uns nicht abhandengehen. Und wir können jetzt das noch ganz gut ohne. Immer noch. Willkommen im Knuddel-Luft-Camp-Kiosk. Ach, ist das etwa euer erster Besuch hier? Ah, verstehe. Ihr habt euer Retter-Team gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Adresse. Im Auftrag der Rettungsorganisation unterstütze ich vier Retter-Teams wie euch. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Camps für die Retter-Teams zu erschließen. Dort können sich die Mitglieder der einzelnen Teams aufhalten. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn ein neuer Auftrag ansteht. Ob im Wald oder am Wasser, Camps gibt es an allen möglichen Orten. Ihr habt also die Qual der Wahl. Am besten sucht ihr euch Orte aus, die für Pokémon geeignet sind, die ihr in eurem Team aufnehmen möchtet. Normalerweise kostet es Geld, Camps zu erschließen, aber ich will mal nicht so sein. Da ihr heute das erste Mal hier seid, schenke ich euch drei Camps. Ich kann es kaum erwarten, mit den Camps durchzustarten. Tada! Meinen Glückwunsch! Ihr habt nun Zugang zur Wildebene, zum Hochnebelwald und zur Himmelblauebene. Jetzt könnt ihr Pokémon anwerben, denen eines dieser drei Camps zusagt. Wie man neue Pokémon anwirbt, wollt ihr von mir wissen? Manchmal freundet man sich mit Pokémon an, gegen die man in Dungeons kämpft. Die fragen euch dann nach dem Kampf, ob sie euren Team beitreten dürfen. Das war's mit meinen Erklärungen, denn probieren geht über studieren. Biep, biep! Wo du schon dabei bist, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch Zugang zum Kraftwerk gewähren? Ich will ihrem Retterteam nämlich ebenfalls beitreten. Na gut, heute ist echt euer Glückstag. Ta-da-la, Camps, hurra! Wir haben was für alle da. Tada! Biep, biep, hurra! Das Kraftwerk ist jetzt verfügbar. Biep, biep, hurra! Verzeihung, Biep! Mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht gewurmt, Biep. Er wünscht sich nämlich nichts ersehnlicher, als eurem Team beizutreten, Biep. Würdet ihr meinen Freund bitte in euer Team aufnehmen? Aber klar doch! Liesig waren wir es ja, die ihn in unserem Team haben wollten. Mein Freund ist mehr als willkommen. Super, Biep! Vielen Dank, Biep! Gib dein Bestes und seit deinem Team kein Klotz am Bein, Biep, Biep! Biep! Ich werde mein Bestes geben. Versprochen, Biep! Biep, Biep, hurra! Sehr. Nein. Biep! Ich werde mich dann mal im Kraftwerk aufladen gehen, Biep! Wenn ihr meine Hilfe braucht, holt mich einfach im Kraftwerk ab, Biep! Bis dann, Biep, Biep! Da wir leider schon ein Elektro-Pokémon haben, wirst du traurigerweise nicht mehr wirklich großartig aus dem Kraftwerk entlassen werden. Der Weg links von eurer Basis führt zu den einzelnen Camps. Wenn ihr Magitilo auf ein Abenteuer mitnehmen wollt, müsst ihr die Teamaufstellung ändern. Nehmt dazu einfach den Weg nach unten. Ihr könnt die Mitglieder austauschen, bevor ihr zu den Dungeons aufbrecht. Das wäre alles. Dann haltet mal schön die Ohren steif. Bis bei eurer Arbeit. Hm. Okay, ich habe ja prophezeit, dass wir eigentlich immer mehr als zwei Erkundungen machen könnten pro Tag. Also mehr als eine pro Folge. Aber sagen wir mal so. Die Dungeons werden nicht kürzer und... Und... Ähm... Ja. Aber wir können auf jeden Fall... Was ist denn die Sells sammeln? Das sind auch F-Aufträge, aber wir hätten da auf jeden Fall... Hm. Also wir könnten drei F-Aufträge machen, die wir wieder schön kombiniert in einer Donnerhallhöhle machen. Wir könnten zwei im Stahlberg machen, die vergleichsweise tief gehen und immer noch F-Aufträge sind. Also effektiv nichts können im Vergleich zu der Donnerhallhöhle. Und wir haben die seltsame Höhle. Damit wären wir in einem neuen Gebiet. Ich würde aber sagen, wir machen die Donnerhallhöhle. Auch wenn wir die jetzt schon ein paar Mal gemacht haben. Ähm... Einfach. Weil wir dann quasi am nächsten Tag neue Aufträge bekommen. Und da dann potenziell... Ähm... Neue... Huch. Was ist da los? Gibt es etwa Streit? Ah. Der hilft meinem Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Für lau arbeiten wir nicht kapiert. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Hey, was ist denn hier los? Ah... Meinst du den Aufkur hier? Herr Punga bittet um Hilfe. Aber offenbar ohne Erfolg. Seht ihr den da? In der Mitte mit der spitzen Nase? Das ist Tengulist. Er ist der Anführer dieses Retterteams. Sein Team ist ziemlich gierig. Da wird nur gearbeitet, wenn die Bezahlung üppig ist. Herr Punga kann einem leidtun. Bei denen stößt sein Flehen auf taube Ohren. Moment. Was wollt ihr denn hier? Zeht nur. Das ist Zimsalah. Hilfsbereitschaft ist nicht gerade... Hilfsbereitschaft ist nicht gerade... Äh... Deine Stärke. Habe ich recht? Um Papungas Freund zu retten, braucht es einen starken Windstoß. Mithilfe deiner Blätterfächer sollte das doch kein Kinderspiel sein für dich. Also stellt euch nicht so an und helft dem armen Pokémon hier. Nun gut, wir kümmern uns schon darum. Wow! Nengulist hat sofort eingewilligt. Und zwar ohne jede Widerworte. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was? Du weißt nicht, dass er... Weißt das nicht? Das ist Team... Das ist Zimsalahs Team. Das berühmteste Retterteam weit und breit. Das ist Glorak. Sein Flammenwurf kann Berge zum Schwelzen bringen. Und hier haben wir Despotar. Es ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das ist ihr Anführer, Zimsalah. Zimsalah mag keine körperlichen Angriffe. Es kämpft lieber mit seinen Psychokräften. Sein Gehirn ist sehr weit entwickelt. Und er hat einen IQ von sage und schreibe 5000. Es heißt, es habe sich alles gemerkt, was je auf der Welt geschehen ist. Zimsalah gibt dem Team die Anweisung. Es ist der unumstrittene Anführer. Vielen Dank. Du musst mir nicht danken. Das war doch selbstverständlich. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Wow, diese Ausstrahlung. Dieses Team hat seinen Goldrang nicht ohne Grund. Huch. Was hat er denn? Was ist los? Ach nichts, alles in Ordnung. Lass uns gehen. Jetzt habe ich aber echt mit Angst zu tun bekommen. Cool. Wow, Bay Jim. So müssen wir auch mal werden. Lass uns noch mehr Mitglieder finden und ein Retterteam allererster Klasse aufbauen. Nicht, solange ich das verhindern kann. Mua, ha, 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 ha. Hm. Oh, am nächsten Morgen. Hm. Okay. Ja, dann haben wir zumindest ein paar Retterteam-Aufträge schon gesammelt gehabt. Zwischendurch. Und vielleicht mal schauen, wie es heute weitergeht. Vielleicht kriegen wir sogar richtig schön einen Tag hin mit richtig vielen Aufträgen. Das macht am meisten Spaß. Aber das werden wir natürlich erst in der nächsten Folge sehen, denn äh, gesprächsmäßig war heute viel los und entsprechend ist die Folge wieder vorbei. Äh, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, macht es gut und bis dann. Tschüss. Tschüss.